So, hallo und herzlich willkommen zu noch einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken. Operation Spint auf Vernichtung, weil die Clio es so möchte. Und ja, genau, die Clio ist heute mit dabei mit dem Neo-Radar. Sag doch mal bitte, hallo. Und, ah, was war das denn jetzt schon wieder für die Scheiße, alter? Der hält die ganze Zeit mit MG. Ach, ich mecker schon gar nicht mehr, ich mecker schon gar nicht mehr. Das nützt sowieso nix. Doch, das ist raus. Ja, der Neo-Radar, der hält mit MG rein und die gehen nicht drauf. Ja. Ich gucke eben nur da rein und tot bin ich. Ja, das ist dieser eine Typ mit der M4-16, der geht mir sowas vom Extrem auszuschreiben. Boah, hab ich da gerade den Popo gerettet und natürlich gehe ich drauf. Könnte ja nicht anders sein. Äh, ich hab euch den Bombenträger getroffen. Ich hab den Nies getroffen ab, den hatte ich. Ja, Battlefield 4, das ist schon so ne Sache und der Neo-Radar läuft in die falsche Richtung. Ich lauf immer irgendwo anders lang. Oh, hier war doch richtig. Wo willst du denn hin? Hier war doch, hier war doch richtig. Oder nicht. Oh Gott, doch, doch. War doch richtig. Ach, Hälter, mach mich nicht verholt. Nein, Alter, wie viel hab ich jetzt gekriegt? Zwei Stück, oder? Ja, zwei Stück. Warte, ich hab die. So, und ich würde, äh, Alter, ich muss nur mit Clio ab jetzt spielen. Die Vida bildet mich dauernd. Warte, du hast die Munition. Ja, so ist das mit der, mit der Clan-Engel-Krankenschwester, ne? Ja, das ist unsere geile Krankenschwester vom Dienst und die wiederbelebt uns immer alle und dann sind wir auch schon wieder munter. Na, auf mir trinkt halt ich auch manchmal gerne auf vielen Leuten mit. Ehm, ähm, Dingens hier hinterher. Wie heißt das nochmal? Jupp. Ich bin draußen. Aber elegant war ich dabei. What the fuck, Alter. Wie denn alle? Ich weiß selber nicht, wo ich bin. Ich teile gerade die Bombe, beziehungsweise ich versuch's. Was ist das denn? Ich halt echt mit nem LMG rein. Du treffst nichts, außer einen. Natürlich, und der ist hinter mir schon wieder. Nicht wiederbelebeln, Clio. Nee, der hat mich auch. Nee, der Typ ist ein Hacker mit der M416, ne? Ich benutze gerade auch. Der M416, unser Hacker Typ. Oh ja, Einsatz ist verstört. Lass jetzt einfach von hinten irgendwo reingehen. Ja. Das mögen wir ja natürlich so gern, von hinten reingehen. Gegner. Kannst du das mal lassen? Das ist, das ist, äh, ne? Verstörend. Pervers. Das ist so ne Sache, das geht nur ab 18. Ja, toll, ne? Immer auf die Minderjährigen. Haha. Drei Monate noch. Selbst schuld. Hättest du mal, äh... Ich heiß Jules 057 und geh nicht drauf. Was? Ja, der Gegner hier, der geht nicht drauf. Ich halte mit M400. Wo seid ihr? Wo bin ich? Ich hab heut kein, glaub ich... Nein, Bombe, ich hol den ja. Schnauze voll von... Bombe. Bessel fehlt. Vier. Unten. Unten. Boah. Jetzt müsst ihr mir nur Rückendeckung geben. Bumbe unten. Der hätte halt die Bombe noch nie geklaut, oder? Na, was? Ja, wenn du mal stehen bleiben würdest, sodass man dir irgendwie... ...deckung gibt... Wenn ich stehen bleibe. ...bremst da ja vor... ...dann stirbst du. Das ist ne Granate. Mach selber den Check. Puff. Na klar. Und ich geh drauf. Fett Multikill gerissen. Mit der Pistole. Ich hab's gesehen. Oh, jetzt hab ich die Bombe. Alter. Seit wann ist ein M2 für neun ne Pistole? Ich weiß nicht. Ach boah. Wollte einfach was Doofes sagen. Nagel klar. Nagel klar. Oh. Oh, Cleo ist tot. Mhm. Warte, ich versuch dich noch zu holen. Ja, das sind viel Verfolgungskübel, die manche haben. Alter. Eigentlich dürften sie dich nicht pressen. Und sie aber trotzdem nicht so in der Ecke. Wir haben die ja lange reingeschaltet, warte. Ich sag mal, wenn er hier, guck dir mal an, der 64er Level auf der Gegnerseite. Der hat kein Leben. Ne. Ja, aber bei Betten 4, 4 geht es nicht so lange. Was ist das denn schon wieder für ne Scheiße? Ich bin im Haus drin und er töttet mich trotzdem. Oh. Das ist schon geil, wenn man 2-3-Schuss hat, aber dann trotzdem verreckt. Ein verbündeter Soldat hat die Vorstellung. Aber das... Juhu. Okay, das hört sich mal an. Na klar. Ja, gut, das sind noch engen Fehler drin. Wie gesagt, ich hab dir ja gestern da den Artikel davor geblieben. Der bei uns da auch noch raufkommt. Das ist schon sehr makaber. Ja, hoffentlich beheben die aber diese Fehler sehr, sehr schnell. Double kill. Oh, nee. Ah ja. Ja, ähm, niemand, da musst du mal, musst du uns fortunterladen. Ich hab doch noch nichts gemacht. Ah ja, ich mecker. Irgendwie in den Berg. Also, ähm... Ich mecker zwar die ganze Zeit rum, aber die Runde ist doch nicht so scheiße. Ich hab mir in den Berg reingebraut. Ich hab das irgendwie ganz gut gekostet. Oh, hab ich gerade das gemessen. Oh. Na klar. Delta nicht sterben. Warum das der Licht? Bei mir ist es Licht. Ja, das ist bei mir, weil vor meinem Haus mal wieder so ein paar asoziale sind. Doch, weiß nicht. Man hört auch noch auf, wie zu beschweren, ey. Ähm, okay. Wie gesagt, komm vorbei. Und ich fühl dich mal ein bisschen durch. Da, ich komm, Gorbitz. Das siehst du, Inzest gestalten? Inzest gestalten. Das glaubst du nicht. Das glaubst du echt nicht, was du da siehst. Hallo. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Natürlich. Der ist nicht tot. Ne, Neo. Der steht da und wartet. Den hole ich mir aber in dem Wichser. Na klar. Ja, du bei mich. A.E.K. Na, Clown von der Seite. Alter, was ist das hier wieder für nicht scheiße schon wieder. Und was ist der? Ein Türke, Alter. Siehst doch. Ja. Leve 64, hat der Typ ein Leben? Das ist das mega, äh, Dinges. Oh, Rümpchen bis hinter mir. Ja, ist ja die Frage, ne? Also, ähm, ich hab gelesen, dass du bei Battlefield 4, wenn du ein Xbox-Spieler bist, ähm, kannst du quasi, also man nennt das ja entschieden, das ist ja, es ist zwar kein Schieter, aber das ist ja wegen, wenn du da laufig hast, ne? Da hast du diese, diese, äh, Zielwilder. Hab ich die Bombe? Wenn du die nicht ausmachst. Zieh, ich hab die Bombe. What the fuck? Fail. Komm ruhig vor, du kleiner Neger. Ich hole mir. Oder er holt sich halt mich. Er kommt zurück, er kommt zurück, nicht auf. Na gleich, ich kann doch lieber den Renter 20 erst abbefeuern, Alter. Geht mir nicht drauf, Leute, ich komm. Hatte ich nicht vor, Schult eigentlich mal nachladen. Sie versuchen zu flankieren, anscheinend. Ja, flankiert, was? Was ist hier los? Nur Radar ist drauf, Garn. What the fuck? Was ist das für ein Scheiß hier? Wo ist er denn? Wo ist wer? Der Kind von jeder Seite irgendwie bis halbe Koffe. Was soll denn das? Na gleich, ich geh vor. Und da liegt ne Granate. Ich hab ja noch diese lustigen Granatwerfer. Ja, der ist nicht so der Wahnsinn. Ja, äh, ist mir grad erst eingefallen, dass ich den noch habe. Wir versuchen's mal von hinten. Lass mich vorgehen. Es ist schon gar keiner mehr da. Lass mich vorgehen, das ist sicherer. Nein, ich will Kills haben. Ich hab 2 Hooter-Tuss-Irke-Bieter-Leben, also bitte. Nein, nein, nein. Nicht reingehen. Der liegt da mit MG. Ne, Kaliber 50. Ja, ich hab, ich hab gesehen. Ups. Ich hab's irgendwie Bock, das Lied jeder Zelle meines Korpuses glücklich zu singen. Hast du den oben erledigt? Ne, den oben nicht, aber zwei andere. Ne, ich bin unten lang gelaufen. Ne, ich bin unten lang gelaufen. Das müssen die auch mal patchen, weil manchmal werde ich von hinten angeschossen und der... Also die Hit-Detection zeigt mir, äh, anders vor mir, was ist. Seid ihr da schiefen. Der hat mich schon viermal, der, 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 der Typ. Der ist über 8. Kann man denn nicht irgendwie anders in diesem Raum gelingen? Welchen Raum? Da, wo der 50er-Kaliber ist. Ja, wo der 50er-Kaliber ist. Ja, wo der 50er-Kaliber ist. Da, wo der 50er-Kaliber ist. Da gibt's doch so einen Seitenraum. Ja, da. Kann man die nicht von unten in den Höhe schießen? Ich glaub nicht. Ach so, da sitzt er da, liegt, guckt auf die Treppe mit noch arg. Das ist ein Noob, ey. Das ist ein Noob, ey. So rumzuheulen. Scheiße. Egal, was du machst, vor diesen Leuten, hinter diesen Leuten. Ja, bei mir gerade auch. Was hattest du mal mit Menschen? Geh doch mal irgendwo hin. Da sind meistens auch vor dir Menschen und hinter dir Menschen. Und überall sind Menschen. Haben Menschen an sich. Also hab ich so das Gefühl, dass sie mich gar nicht mögen. Ja. Vielleicht tun sie das auch. Was hab ich denen denn getan? Ich bin doch eigentlich nett. Eigentlich. Pust. Äh, wenn ich mal wieder so ein paar böse Sprüche finde. Ich lass es dich wissen. Okay. Ah, der gestern war herrlich, ne? Oh ja, der fand ich gut. Olli, die jetzt so muss ich da alles haben. Na, besser wär's. Ich weiß nicht, ne? Gestern hat der mich mal wieder so irgendwie vor den Kopf gestoßen. Was denn? Wann? Er ist der 16. das bisher. Wir sind in einem Lethplayer, also pass auf, was du sagst. Nur so mal gesagt. Ich würde gerade sagen, alles was du jetzt sagst, kann und wird gegen dich. Ach, da freue ich mich drauf. Nee, ich hab da bekommen. Aber, ich kann's euch später sagen. Nein. Schops nicht, Schopsi. What the fuck, Alter. M 34 Brand. Alter, ich mach uns gerade im Tunnel frei. Was? Hinter mir. ADAC. Jelben Engel. Nein, Scheiße. Wir müssen eine 50er Kaliber da wegkriegen, der Idiot. Ja, kriegen wir aber nicht, weil die einzigste Möglichkeit, wo wir da reinkommen, wird zugecampt mit einem Typen von der Schrubflinthe, der perfekt davor liegt und nichts anderes macht. Ach so, okay. Und wo soll das sein? Zeig mir mal die Stelle. Warte. Da müssen wir noch. Noch mal zurück. Noch mal zurück? Ja, ne? Ja. So ist das liegen? Neo, du gehst jetzt vor mit diesem Raketenwerfer. Boah, ups. Ich hab der in den Rücken geschossen. Was ist das denn hier für die Scheiße? Das brennt und irgendwie von hinten. Hat das... Erledigt von Delta? Ups, ups, ups. Nein, ich war das nicht. Ich war das nicht. Nein, nein. Du hast uns ja gerade alle getötet, Delta. Das brauchst du nicht. Nein, was macht das? Nein, was macht das? Wann... Das fühlst du wieder richtig scheiße, Alter. Ja, ich hab M320... Und das kam an den Rücken von Neon Radar an. Und daneben waren so Tanks und die sind dann in Flammen aufgegangen. Das war's. Schönen Dank auch. Ja, sorry. Ja, sorry. Aha. Guck Granaten. Bombe ist bei C und alle sind bei... Weiß ich nicht. What the fuck? Clio, wenn du jetzt hier reingehst, direkt rechts. Zwei Stück. So, ich hol mir jetzt erstmal hier den 50er Kaliber. Oh, der Feind ist bei C. Na klar. Es musste ja schon wieder jetzt einer hinter mir sein. Ja, das hast du bei Metro halt nicht. Da ist kaum jemand hinter dir. Ach ja. Oh, die Prüderungskraben von mir. Oh. Andern tausend. Boah, ich bin so mochi. Pass auf, der Raum ist noch voll. Hm, gib mir an. Vorsicht! Lässt mich an Atmen! Alter, irgendwie kriegen wir gerade auf die Fresse. Aber heftig. Hm. Das ist unser Karma. Ach so. Ja, wir sind halt einfach... Böse. Ja, wir sind böse Menschen und... Störten Menschen, die haben... Und deswegen... Hä? Ja, Hauptsache... Zwei... Sitzen gerade neben mir und... Widerbleben mich natürlich nicht. Ich mein, warum auch? Karma. Karma is a bitch. Alter, wie ich das hasse, wenn die sich vor mir stellen und ich die Granaten nicht reinwerfen kann. Alter, der hat jetzt eine Granate überlebt und M320. Das ist doch nicht immer normal. Oh, 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 oh. Gibt's doch nicht doch bei Roller. Ja, aber auch nur da. Alter, das darf nicht wahr sein. Oh, 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 oh. Wo kommt die denn her. Kommt die auf einmal hinter uns? Und schon wieder der Typ mit der M416. Alter, der hat mich auch schon tun, jetzt mal mit der M416. Alter, das darf nicht wahr sein. Ich hab 13 kills und der Typ alleine hat mich schon 7 mal gekillt. Sehen wir's mal so. Der Gegner, äh... macht uns gerade fertig. Weil die gut... Und? Weil die gut eingespielt sind. Wie gesagt, da ist die Nettung nicht zu sagen. Aber wenn man so schnell läddet, dann müsste das ja eigentlich gehen bis Colonel 1000. Kann mich da einer wiederbleiben? Nee, leider nicht. Nee, da ist eine Granate direkt neben dir, also ich weiß nicht. Ich hab ein HP! Hinter, die versuchen wieder von hinten zu kommen. Nee, die kommen, die kommen von beiden Seiten. Oh! Ah, dann lässt er vorschrecken. Lass mich fallen. Ich hab die Bombe. Seid ihr? Und der Typ mit M416 hat mich schon wieder gekillt? Guck mal, seid ihr? Bin unterwegs. 50 Meter. Weiß aber schon, dass es in die andere Richtung geht. Wenn ich alleine nach vorne laufe, dann bin ich ja direkt flüge. Dann lass mich vorgehen. Ja, das kann ich ja nicht tun, also bin ich deswegen. Dann muss aber auch mal anhalten. Darüber schwirrt sich meine... Neoradar, kannst du mitkommen? Geht's denn hin? Die Bombe! Wegbringen. Stiller! What the fuck? Das darf nicht wahr sein! Einer von uns rennt durch, und auf einmal.. steht er da. Leute! Was, sinds? Das fehlert sich nur einer, der schlunter found rymt! Der Alrightyία. Man! John Lawler. Verlinander ist eine Bombe. Da will ich den Hummer jetzt. Komm, die Holung wird es jetzt wieder. Äh, ich guck auf. Ich guck auf, ich guck auf, ich guck auf, ich guck auf, ich guck auf. Ich guck auf, ich guck auf, ich guck auf, ich guck auf. Ich schieß ja gerade ein Typ in der Hand, ne? Der hatte nichts besseres zu tun, als sich um eine Ecke auf den Boden zu legen. Aha. Ja, bitte, da geht es hoch. Da ist eine Möglichkeit, das 50er auszuschalten. Alter, Vater, ich hab mich jetzt so was für eine Schraubchen. Ja, ich versuch jetzt das... Okay, das 50er ist schon weg. Was im Homme. Oh. Komm uns. Du, ausdrücklich, kommst du hin. Nee, äh, ich bin gerade mal wieder gestorben, weil die von der Attenkarte kam. Und wie sieht's jetzt aus hier? Das war heute die letzte Runde in Battlefield 4 für mich. Und wie sieht's jetzt aus hier? Ein bisschen krank, ne? Geht mir auf den Sack irgendwie langsam. Jetzt gerade euch wieder ins rum. Was für'n Fick ist das denn? Werfen die einfach nur hier Granaten hoch. Was für'n Noobs. Und das sogar permanent. Seid ihr aber der Bombe? Ähm... Okay, sie ist oben. Warte, ich hole sie. Da war wirklich die große Sachen. Wie ist die denn? Alter. Alter. Natürlich. Konnte ja nicht anders sein. Ich werd wiederbelebt. Und ne Granat legt mit neben mir. Also, irgendwie ist die Runde gerade für den Arsch. Ach, jetzt. Hallo, hier kommt noch die Bombe. Oh, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich wurde gerade abgeraustet. Ich bin bereit, 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 ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Warte. Warte. Nein, das darf nicht wahr sein, Alter. Und die sagen mir nicht, dass sie alle hinter mir sind. Äh, ach so. Entschuldigung. Weil keiner wusste, dass sie hinter mir sind. Natürlich, die Kilo ist auch draufgegangen. Äh, Neo hinter... Das weiß ich nicht. Alter, das darf nicht wahr sein. Wir haben aber die Bombe. Ey, das ist so ein Rotz-Game langsam. Also man hat ja immer zwei, also man hat ja mehrere Score. Ja, nur die her konnten sich gerade so gut stellen, dass ich nichts gesehen habe. Passt auf. Cleo, ich habe bitte mal gesagt, dass ich auch viele Bugs im Spiel habe, ne? Mein Visier ist gerade so verpackt, dass ich nichts zählen kann. Ach, ich wollte dich im Kampf gefallen, weil ich ein Idiot bin. Ich... Also Leute, ihr seht gerade in der Küche hier nie mit M320 rumforteln. Das ist einfach nur scheiße. Wieso bin ich jetzt beim US-Einsatz gespawnt? Ja, ich glaube, das war heute die letzte Runde, BF4 für mich. Was denn? Natürlich, hinter mir. Achso, 2 zu 10 hat er mich schon. Dieser Peo Pro 99, Level 36, M416. Ja, ich würde mal sagen, wir warten jetzt hier. Bis er jetzt mit der Bombe hier antanzt. Habe ich kein Problem. Er hat die Bombe verloren. Natürlich, der liegt vor mir. Aber ich habe ihn trotzdem getötet. Ha! Ha! Deine Mutter. Und ich habe anscheinend doch noch die Bombe. Ja, ich habe... Ja, ich würde mal sagen, danke, ne? Neorader, wenn du das jetzt noch hilfst, wäre das ziemlich nice. Ich glaube, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Alter, was? Ja, nur waren die mal wieder hinter uns, ne? Wirklich nur mal so abwägen. Ja, das ist ja super. Ich meine, das ist ja nicht so, als würde man ja gerade rauskommen oder so. Aus diesem grünen Gang. Wir kommen einfach nicht mal hier weg. Und wieder packt man die hier. Das ist der ganze Gang vor. Ah, Alter. Ich wollte nicht wieder leben und da lag ne Granate. Was darf einfach... Haben die eigentlich einen Commander drin? Nein. Ey, wir haben einen Commander. Ja, auch haben wir. Ja, wir. Aber der macht nichts. Ne, der sagt einfach nur Punkte ein. Das ist ja nicht mal Super Commander, ne? Und das war's. Das war's. Und das war's. Und das war's mit unseren Let's Play, Leute, denn B4 hat sich aufgehängt. Wie geil war das? Ich würde mal sagen, Clio, Alex, grüßt doch mal unsere Fans. So viele sind's. Ja, äh, Junge, und mit Wunderz, meine PS30 hat auch aufgehängt. Ja? Wenn ich jetzt, meine, hängt das doch mal bei einem auf. Und diese hängt sich das nie bei mir auf. Was ist denn da auch? Macht dir keine Sorgen, der hängt sich auch noch auf. Ja, Leute, wie ihr seht, hat sich aufgehängt. Das Bild steht, wir können uns nicht bewegen. Die Bombe liegt da, 16 Meter entfernt. Clio bückt sich hier voll Blutspritz von ihrer Schulter, aber wir können nix machen. Sorry. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Grüßt doch mal bitte noch mal schnell. Tschüss. 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 Tschüss.